Huckleberry Finn hat es im Tierheim gelernt spazieren zu gehen und er hat offensichtlich richtig Spaß daran. Sein Schwänzchen wedelt und er ist fröhlich und guter Dinge. Jetzt braucht er nur noch eine Familie, um das Leben so richtig genießen zu können. Wollen sie vielleicht diesem Schätzchen ein neues Lebensglück schenken?